Der Ex-Präsident soll die Olympischen Spiele eröffnen. Er nimmt seinen Zettel mit der Rede heraus und beginnt zu lesen. 0, 0, 0, 0. Sie lesen gerade die Olympischen Ringe vor. In meinem Energydrink ist eine Fliege. Die übt mit ihrem Surfbrett für die Olympischen Sommerspiele. Der Weg zum Ring ist ja wirklich lang. Keine Sorge, auf dem Rückweg wirst du sowieso getragen. Was sagt der Olympiatrainer zu seinem Gewichtheber, wenn der verloren hat? Nimm's nicht so schwer. Was waren die letzten Worte des olympischen Bogenschätzen? Alle Pfeile zu mir. Wenn es beim ersten Mal nicht geklappt hat. Dann ist Fallschirmspringen bei den olympischen Sommerspielen wahrscheinlich nichts für dich. Gute Nachrichten von den olympischen Schwimmwettbewerben. Es ist noch kein Schwimmer ertrunken. Sie haben 40,5 Grad hohes Fieber. Ist das Weltrekord? Warum reden Tennisspieler bei den olympischen Spielen so wenig? Weil das Match meist nach drei Sätzen vorbei ist. Weißt du, warum ich beim olympischen Triathlon die letzte war? Weil das Beste immer zum Schluss kommt.